Hallö und willkommen zurück zu Minecraft Tenebris. In der letzten Folge wollten wir diesen, naja die Färbemaschine haben wir, wir wollten genau diesen Energie Sterling Generator wollten wir bauen. Dazu hätten wir, also das haben wir schon alles bis auf den Kolben, aber da brauchen wir Redstone, Redstone Block. Aber wir haben in der Höhle kein Redstone, beziehungsweise keine Fackeln, also ich könnte natürlich Fackeln bauen, aber ich habe jetzt beschlossen, hallo, dass ich jetzt das mache, was ich eigentlich machen wollte und zwar Bäume kloppen. Dazu, da habe ich noch, warte mal, ich habe, diesen Eichensetzling, wir könnten den anbauen, um noch mehr Bäume zu machen. Frau, geh bitte mal weg. Weg, weg, ja. Ähm, hallo? Gehst du bitte von dem Klopf weg? Also. Ah, hallo. Frau, komm mal hier. So. Tschüss. Und zwar. Ich könnte hier eine kleine, aha, Lähmung. Eine kleine Farm bauen. Ja. Ich könnte, ne, ich habe keinen Garten. Bei Mortis könnte ich eine kleine Eichen-Farm bauen. Im Garten. Was? Wer bist du? Hallo? Vater Wilson, Mutter Honey. Ah. Okay. Das ist Wilson. Und Honey ist doch auch eine Wache, ne? Okay. Okay. Seit wann haben die wieder heiratet und haben ein Kind? Äh, ja, okay. Egal. Ähm. Mortis. Das tut mir sorry, aber ich muss deinen Garten als kleine Plantage missbrauchen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Fünfmal. Fünfmal. Und wo noch? Hm, noch nicht. So, sechsmal. Oh, wie sind die nicht so nah? Wahrscheinlich schon. Egal. Ähm. Ja, das sind Vampirjäger hier. Aber da ich noch Vampir-Level 1 bin, da machen die mir noch nichts. Hallo Sepp. Äh. Wir haben ein Bäumchen. Äh. Wir haben ein Bäumchen. Äh. Ja, den machen wir mal. Zack. Bäh. Eigentlich müssten die Bäume wieder selber nachwachsen. Wenn das de-spawned das laubt, dann setzt er setzt Dinge ein. Äh. Okay. Gut. Und tun wir mal so. Eichen. Ich brauche natürlich Eichen, weil sonst schaut es doof aus, wenn da verschiedene äh, Bretterarten aufeinander kommen. Eichenholz. Zack, 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 zack. Äh. Fliegenpilz. Hä? Lieber weg. Was bist du? Eine Schnecke. Okay. Zuckerrohr. Geil. Das nehme ich mit. Wie baue ich das ab? Schere? Ne. Einfach rauf an. Ja, geil. Daraus kann man Papier machen. Ich brauche Eimer. Ich brauche Wasser Eimer. Hehehe. Moment. Ich brauche. Jetzt holen wir erstmal. Erstmal bisschen Holz. Holz, 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 Holz. Hier Eisenachst. Eichenholz. Natürlich gibt es schöneres Holz auch. Aber Eichenholz ist billiger. Felsenorchidee. Geil. Nehme ich auch mit. Nein. Nein. Na doch. Duft fahren. Okay. Warum ist dein Stein? Was ist verdächtig? Würde ich mal sagen. Aluminiumkies. Okay. Mitnehmen. Ah. Für Kies braucht man Schaufel, ne? Oh Mann. Meine Eisenachs ist bald kaputt. Aber ich wollte eh einen Eimer bauen. Oder mehr Eimer. Für Wasser. Für das Zuckerrohr. Jetzt weiß ich nicht mehr wie das drin war. War das am Wasser oder im Wasser das Zuckerrohr? Ich weiß nicht mehr. Hört man die Musik eigentlich? Ich denke schon. Äh. Jo. Dann. Hm. Ähm. Ähm. Okay. Gott. So. Da ist noch Eichenholz. Was ist das? Äh. Hm. Verdächtig. Oh oh. Okay. Diesen Baum noch. Na gehen wir nach. So. Hier geht's lang. Oh oh. Was war das? Was war das? Was war das? So schon nach Hause. Äh. Äh. Die, 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 die. Burgstein. Genau. Das ist irgendein Dorf. Was ich beim Stöbern gesehen, gefunden hab. Achso. Ich kann aber über Zweifelsprin. Hahaha. Ich bin ein Papier. Ich bin, ich kann hoch springen. Guten Tag. naja ist schon gut so schlafen gut ja ja nee brauchst mir nichts kochen ich brauch nur blut einmal zweimal dreimal viermal erstmal reinsetzen so genau hier können wir die bretter rein tun genau und dann wollte ich wollte ich eisen ich brauch eisen eisenerz toll 1 super kupfer silber toll natürlich zurück nein verdammt ja genau zack brennen eine eisenachs ist bald kaputt 19 toll schmiedekunst ich hab schon gecrafted bitte egal kann ich die reparieren mit irgendwas moment 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 das muss doch gehen oder wenn ich die reinsetze und schmiedekunst nein geht nicht was war das eisennugget ok toll eisenbohren eisenbohren mhm geht das behörde nja ah miss kessel ah geil genau da kann ich kann ich kann ich kann ich kann ich machen wir gleich kessel den setzen wir uns äh äh ne ne ok ja ja tun wir mal kessel kessel wie macht man gleich wieder einen eimer kessel genau ähm eimerschen ein eimerschen äh was machst du in der werkbank kommen doch bitte mit so kannst du schon frei bewegen aber nicht zu warte mal wie geht ein eimer ich habe nur viel eisenbohren he 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 toll eimer 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 ja toll ok eimer 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 dann wasser mhm 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 hier gibt es wasser äh zapp 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 und dann mhm wollte ich gar nicht reingehen du 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 äh äh wir kommen eh da hin so und da müsste eigentlich joo geil was äh ähm wieso wieso kann ich das was was hilfe ähm warum kann ich das wasser nicht mehr nehmen äh äh toll äh äh ich könnte auch äh mein zaun etwas erweitern ja genau das machen wir das machen wir äh da brauch ich äh ding ähm zaun hm ich hab kein zaun eichholzbretter wieso mach was 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 ähm ähm ach ich bin zu blöd ja jetzt jetzt nein ja komm äh ja komm äh ähm ähm was wollte ich ich vergesse wieder alles ähm 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 zaun ich habe doch irgendwo noch einen zaun 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 mordes hat viel zäune hehehehehehe hehehehe zaun ziegelsteine ok mh mh sandstein großholzstufe marmor tü 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 glas kautschuk puh und noch so einen rucksack Zäune, was ist das? Gartenlaterne und Diamant, geil. Alien-Close-Donut. So, Zaun. Ich brauche sowieso diese ganzen Holzbretter. Zaun, 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 Zaun. Der Ginge? Ging? Hallo? Stücks? Was ist das? Falltür? Nee, das brauchen wir nicht. Werkbank, ja, nie. Tür. Verdammt, hier gehen Zäune gleich wieder. Nee. Alles wieder einsammeln. Zaun. 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 Aus. Stücks. Lass mal Sticks. Falscher Knopf. Ja, 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 ja. Stücks. Haufen Sticks mit. Nochmal. So. 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 Mehr Zäune. Mehr Zäune. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich rede immer leiser. Ich bin ja auch nicht die ganze Zeit so schreien. So. Yeah. Ist recht. Zack. So. 18 Zäune. Ne. Ich glaube das reicht. die anderen kann ich auch abbauen ich weiß nicht ob das so gut ist wenn lieber erstmal schlafen schläfig schläfig okay gut dann lalala jetzt zu jetzt und wer genau hier noch und da und da und hier und dort und dort und da, ja genau, meine Achse ist bei Kopfsch, zack, zack, hoffentlich rechts, zack, 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 ja recht, zack, 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 hallo, zack, zack, perfekt, so und schön die Fackel wieder draufsetzen, genau dann die ecken auch noch ich habe hier noch zwei fakten übrig dann nehmen wir die gleich hier was ist das? wo ist Gras? so, hier haben wir ihn so dann muss ich natürlich wieder was er holen? ich habe gedacht dass das funktioniert wenn ich hier den es geht aber nicht warum geht das nicht? warum geht das nicht? so also jetzt moment wo ist denn zuckerrohr? ach ich habe da doch so einen schatz gefunden taumkraft ok so moment wie geht es mit dem gedöhnt sie hier ich muss boah wenn ich das jetzt wüsste zuckerrohr muss an wasser sein ne? als oder? oder im wasser? ne das war am wasser ich brauche jedenfalls nochmal wasser warte wo war wasser? wasser wasser wasser? verdammt verdammt nochmal verdammt nochmal aber gar nicht ne? geht das überhaupt? äh ich weiß nicht wasser? wasser einmal ach so und hier genau ich weiß aber grad nicht ob das so stimmt nein ja diese dinger nerven ändert so das ist auch so eine mod wenn man die erde abbaut kann sein dass so ein komischer kackaufen hier daherkommt reicht ein wasser ich denke dass verrottetes fleisch ach das genau das braucht man für diese vampir glasflaschen ist das spinnenauge ähm moment funktioniert das? ich glaube das muss man öfter machen ich bin mir gar nicht sicher hm wie gesagt das letzte mal mein geschafft das war auf der xbox 360 und da war ich die meiste zeit im kreativ modus weil es ja langweilig war sag ich mal und da aber mit dem ganzen mods hier ist das schon interessant aber da muss man sich mit den grund äh voraussetzungen voraussetzungen ja und dem grundprinzipien oder was wir sich da vertraut ah genau jetzt ja geil das geht hüpp und das wasser wechseln wir noch ah ich glaube das ist so ein pack den man nutzen kann hehehehe und ich weiß es nicht oder muss ich den hier reinsetzen ich ich hab keine ahnung ok das geht nicht einmal zweimal dreimal ich hab keine ahnung ob das funktioniert man kann jetzt auch nichts nachschauen oder? ne das war screenshot utania shift control von zuckerrohr ne hm ja man wird sehen ob das funktioniert ja keine ahnung flüstere ich wieder oder schreie ich ich weiß es immer nicht also ausschlag vom mikrofon der ist mal niedrig mal hoch keine ahnung ok äh ja das ist jetzt auch nur ein test zuckerrohr braucht man für papier glaube ich ne mhm genau wir haben jetzt wir haben jetzt endlich eichenholz ha 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 eichenholzbretter da au ah mich juckt es unter dem ez ha ok gut ähm dann jo machen wir mal hier ach soll ich das musste übernehmen na verdammt hehehehe ich muss meine eisenachse reparieren aber ich kann das nicht irgendwie ich muss einfach eine neue bauen ne ah jetzt bauen wir uns erstmal eine eichenachse 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 wie heißt das ding eisenachse eichenachse eichenachse man bist so insolescent ne äh sticks zack zack und zack ah ne hacke eisenachse geil ich bin doch nicht so blöd dafür habe ich kein eisen mehr toll muss wieder auf eisenreise gehen aah hm das mit der leiter das stört mich ja ach egal jetzt ähm so wie ist das hier naja das kann ich nicht abbauen ne weil sonst naja toll aah soll ich das überhaupt übernehmen oder äh ja jetzt jetzt ich baue erst erstmal hier das hier ich mach hier erstmal so die stufe kommt ja toll die stufe kommt weg und genau so machen wir es nein warum springe ich jetzt da runter ah okay die folge ist auch bald wieder vorbei okay jetzt erstmal äh da so wieso habe ich idioter stufen hingesetzt äh eigentlich wollte ich zuerst nur da ein Stückchen weitermachen aber dann habe ich mir gedacht hm äh äh zu wenig platz ne also ne ja hm mal schauen ob das überhaupt gut ist was ich hier mache puh mal schauen ob das überhaupt gut ist was ich hier mache äh äh ja jetzt sind wir gleich wieder am ende toll was geschafft nichts okay wir haben Eichenholzbretter geholt äh Eichenholz daraus haben wir Bretter gemacht toll andere werden sich jetzt denken äh das merkt man doch ganz am Anfang das habe ich doch schon tausendmal gemacht ja hätte hätte ne hallo ha so geht es ein bisschen schneller la 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 ich mache jetzt nur kurz dieses Ding hier rum ne und dann dann lassen wir das erstmal gut sein äh ja ja genau nur kurz mal das hier das mache ich nicht gleich so hä 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 der ist so intelligent ey ja ja genau und zack 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 so geht es ein bisschen schneller denke ich mal noch ne die ganze Zeit wechseln und wieder wechseln okay ich glaube das passt jetzt so von der ne hm ja ich glaube ja ich denke schon aber jetzt gehen wir erstmal kurz schlafen ja ich lass ja ich lass und dann dann noch mal helfen für eine schöne Aussichtsurgen schlafen lüttulü nächste ich bin jetzt nicht licht und schaut doof aus zack dann verabschiede ich mich wieder für diese Folge und sag hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder euer Tarsiel und tschüssikowski tschau Das war's für heute. Das war's für heute.